Ja, lecker Zucchini. Da kann man so schön dran rumnagen und das schmeckt so gut. Mal was anderes als immer nur dieses komische Krümmelfutter. Vielleicht da drüben nochmal. Oh, hallo Schnecke. Ja, hier an der Kante. Oh, ja. Ah, das war die Futterklammer. Ja, das schmeckt nicht so gut. So, ich glaube, jetzt reicht es. Jetzt gehe ich mal wieder woanders hin.